Der Naka, Nakata, der Fahne schlägt aus, Schlussmöglichkeit ist da und das Tor! Ogaschwarra aus dem Nichts mit dem 0 zu 1 in der 34. Minute. Das sah wieder so gemächlich aus, so ohne Tempo. Wie die Japaner das angehen, und hier sehen sie, 2.500 sind da. Vier Charterflüge kamen heute mit 1.000 Japanern an Bord. Die anderen 1.500 aus der Region. Der Eider viel Platz, kann sich den Ball zurechtlegen. Und Ali Hassan geht da auch nicht unbedingt schnell runter. Ja, aber der hat schon genau gepasst. 1 zu 0 für Japan. Ganz wichtiges Tor.